Ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Video. Ich habe eine Nachricht von einer Zuschauerin bekommen, die mich gefragt hat, ob ich mal ein Video machen könnte über das Thema, wie man seine Zeit richtig managt. Vor allem gerade im Homeoffice als Schüler oder Schülerin während der Corona-Ferien, sag ich jetzt mal. Und das gibt's heute. Ich habe all in all zwei Strategien mir ausgedacht, die man da anwenden könnte. Und zwar ist eine Stundenplanstrategie und dann gibt es noch meine Masterstrategie, also mich als Planungsgenie. Ich habe mir was ausgedacht, was ich tagtäglich benutze. Habe ich schon in meinem Podcast erzählt, ihr habt es schon mal gehört, aber heute wird es auch mal heruntergebrochen. Oh, das heilige Buch. Meine Masterstrategie und meine Stundenplanstrategie heute nochmal zusammengefasst. Und ich habe mir für die Wochen auch einen Stundenplan gemacht, dass ich einfach was habe, an das ich mich halten kann. Ja, also meiner sieht jetzt so aus. Ich habe einfach vorne hier etwas Zeit hingeschrieben, aber wie macht man diesen Plan? Das ist halt die Frage, die wir uns stellen müssen. Ich habe es so gemacht, dass ich mir erstmal die ganzen Sachen aufgeschrieben habe, die ich eigentlich machen möchte. Das heißt, klar, ich muss am Anfang frühstücken, dann muss ich mich fertig machen, anziehen und so weiter. Dann hatte ich auf jeden Fall Schule und dann habe ich noch Sachen ausgesucht, die ich auch noch machen will. Das war für mich einmal lesen, das war für mich einmal bewegen und rausgehen. Und dann hatte ich noch ein Telefonat, das ich tagtäglich machen muss, da ich momentan an einem Projekt mitwirke, wobei ich halt jeden Abend telefonieren muss. Und deswegen ist das auch noch eingeplant. Ach ja, außerdem habe ich auch noch duschen. Ja. Und dann habe ich mir noch drei Sachen ausgesucht, die ich auch noch machen möchte. Und zwar war das einmal Sprachen. Da habe ich mich auf Sprachen fokussieren wollte, die ich nochmal extra lernen möchte, wie beispielsweise bei mir jetzt koreanisch. Dann habe ich Content Creating, also für YouTube und für meinen Podcast. Und dann habe ich noch Business, da ich ja gerade meine eigene App entwickle und dafür auch noch etwas Zeit brauche. Und dann habe ich mir dieses Business auch noch eingeplant. Dann dachte ich mir so, wann will ich fertig sein mit den Sachen? Mit meiner Tagesroutine wollte ich um 15 Uhr fertig sein. Und ich habe dann rückwärts geplant. Und zwar habe ich dann angefangen mit einer der drei Sachen. Bei mir war es am Montag zum Beispiel Content Creating. Da habe ich mir zwei Stunden eingeplant. Da hatte ich halt von 15 bis 13 Uhr Content Creating. Dann hatte ich rausgehen, lesen. Ich habe quasi so rückwärts einfach diese ganzen Sachen eingeplant. Und von den drei Sachen habe ich zweimal Content Creating am Montag und am Mittwoch. Dann habe ich Language am Dienstag und Freitag. Dann habe ich Business am Donnerstag. Bei mir war es so, dass ich beim Frühstück immer länger gebraucht habe, weil ich mit meiner Familie gegessen habe. Und ich dann nicht innerhalb einer halben Stunde fertig war. Deswegen muss man ja immer ein bisschen mehr Zeit einplanen. Und außerdem kann man sich ja noch zwei bis drei extra Tasks aufschreiben, die man noch machen kann, falls man gerade da Zeit hat. Jetzt einige Tipps dazu. Und zwar mein erster Tipp ist, dass ich mir jetzt zu jeder Uhrzeit einen Wecker gestellt habe, dass ich ja auch nichts verpasse. Das heißt, wenn ich mit der Schule nicht ganz fertig geworden bin mit den Schul-Sachen, habe ich mir trotzdem einen Wecker gestellt fürs Lesen, dass ich den Plan trotzdem einhalte. Und wenn man diesen Druck so ein bisschen hat, dann ist es trotzdem so, dass man, oder ich denke, dann ist es deswegen gerade so, dass man sich dann irgendwie beeilt oder dass man irgendwie fokussierter arbeitet, glaube ich zumindest. Kein Einführung, das ist irgendwie Psychologie. Deswegen kann ich den Plan eigentlich ziemlich hilfreich. Und mein zweiter Tipp dazu ist, dass ihr das ja nicht alleine machen müsst, sondern mit einer Freundin oder einem Freund zusammen. Zum Beispiel meine beste Freundin, ich habe das zusammen gemacht. Also ihr habt unsere Abendroutine gleichzeitig und auch gleich. Und deswegen war es ganz cool, wenn wir uns dann immer so austauschen konnten und so wussten, wir sind nicht die Einzigen, die das machen. Und der andere ist da auch. Und wenn man dann irgendwie so nicht dazu stickt, wie sagt man das auf Deutsch, nicht dazu, wenn man sich nicht daran hält, dann hat man so eine Person, die so ist schlecht. Ich habe mir dann Samstag und Sonntag freigelassen, weil ich da einfach Sachen machen wollte, dass ich Bock habe und die ich vielleicht unter der Woche nicht geschafft habe und es mir einfach freier zu gestalten. Jetzt kommen wir aber zu meinem Master-Tipp. Genau, also ist es halt so, dass ich in meinem Bullet Journal plane, in dem meine Wochenübersicht wie folgt aussieht. So sieht sie aus. Das heißt, ich habe einfach so diese Tage da, bla bla bla. Dann, mein erster Tipp ist, schreibt erstmal alle Sachen auf, die ihr erledigen müsst. Schreibt eine lange To-Do-Liste mit allen Dingen auf. So, das ist noch ganz logisch, ne? Dann, meine Freunde, habe ich einen Register angefertigt, das so aussieht. Und so habe ich da vier Kategorien. Ich habe einmal Friends, School, Me und Business. Und dann markiere ich die ganzen Aufgaben mit der jeweiligen Farbe. Das heißt, schulische Sachen in rosa. Dann habe ich Sachen, die mich persönlich betreffen und die für meine persönliche Weiterentwicklung oder für meinen Wurbefinden sind mit Gelb. Was ich mit Freunden mache in grün. und mein Business, YouTube, Podcast und so weiter in blau. Das habe ich mir dann schon mal so eingeteilt. Das heißt, ich habe vier große Blöcke an dem Tag. Ihr könnt es natürlich ganz individuell... Ich kann nicht reden, oder? Ich kann... Ich habe manchmal so ein Problem, wenn ich was sagen würde und ich weiß jetzt mal im Kopf, da kann ich ihn nicht langsam aussprechen. Habt ihr auch so ein Problem? Ich kann es aber nicht sagen. Okay, ich sage es nochmal. Ihr könnt es natürlich ganz individuell machen und das aufschreiben, was euch betrifft. Bei mir sind es halt diese vier Sachen. Und dann kommt da das Beste. Und dann schreibt ihr dann hinterher jede einzelne Aufgabe, wie lange ihr dafür braucht. Das ist ganz, ganz wichtig. Schreibt da hinten hin, wie lange ihr dafür braucht. Und überschätzt euch nicht. Aber unterschätzt euch auch nicht. Dann habt ihr diese vier Sections und dann addiert ihr alle Aufgaben in der jeweiligen Section. Und dann wisst ihr, wie viel ihr für den jeweiligen Bereich braucht. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel habt Schule und dann habt ihr das zwei Stunden. Dann habt ihr beispielsweise Freunde, dann habt ihr eine Stunde und so weiter. Und dann kommt der Schluss. Und zwar nehmt euch ja den Tag vor. Das heißt, die Zeit, in der ihr was machen wollt. Weil ich weiß jetzt bei mir von 8 bis 15 Uhr immer. Und dann teile ich mir da die Sachen ein. Und das Wichtigste hierbei, oder was so Sinn ergibt bei der Methode, ist einfach, dass man nicht Sachen zwischendurch macht. Das heißt, man hat diese Sections und arbeitet die mit nacheinander ab. Das heißt, man hat nicht, ich mache Deutsch, ich lese was, ich schneide ein Video, ich gehe mit dem Hund raus, ich mache dann Mathe, dann lese ich wieder was. Wenn man das kompakt macht, das nennt sich Batching. Das ist nämlich so ein richtiges Prinzip. Das heißt Batching, dass man Sachen gleichzeitig macht. Beziehungsweise Sachen, die zusammengehören, hintereinander macht. Und genau, so ist mein Planungssystem. Dann habe ich hier zum Beispiel, so, ich habe mal hier so ein Beispiel gemacht. Den Tag, wie es beispielsweise bei mir am Montag sein wird, ungefähr. Falls es euch gefallen hat, teilt das Video gerne mit euren Freunden. Das habe ich noch nie gesagt, aber vielleicht ist es ja ganz sinnvoll. Also schickt das Video gerne an einen Freund oder eine Freundin. Falls ihr findet, dass diese Person absolut schlecht im Organisieren ist, dann wird sie jetzt meine Methode anwenden. Dann wird es alles viel besser sein. Ja. Das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch weitergekommen. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wie ihr plant. Und ich werde ja momentan jeden Tag kurz. Deswegen sehen wir uns auch schon morgen wieder bei einem neuen Video. Also bleibt gesund und freundlich. Wir sehen uns morgen wieder. Habt noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.